Schaffen wir es heute bis CT3? Ich kann mir vorstellen, ja. Wenn du unbedingt einen Aufzug willst, gib mir 10 Gil. Du hast gerade Shinras Schicksal besiegelt. Schnell rein mit dir. Für 10 Gil. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind wieder hier, nach so langer Zeit. Kann ja sein, ich täusche mich, aber meint ihr nicht, uns fehlt etwas? Was soll ich uns empfehlen? Also dann, zeigt mir, wie hart ihr gearbeitet habt. Achtung, los, Heda, das ist die Unterwasserreaktor, kommt zurück. So, skunk! Wie wärs, wer am Leben bleibt, kann mit ihr ausgehen. Okay, aber was, wenn wir nun beide? Über sowas spricht man nicht. Okay. Das sind zwei gut aussehen. Okay, zurück an die Arbeit, zurück an die Arbeit! Ich bin müde. Verjodern! Ich bin müde. Es geht einfach weiter. Ich bin müde. Nachteil des Wollerspielplatzes, oder? Ja, ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde. Oh, was ich hierher. Es ist vollkommen, also. Ich bin ich müde. Das ist ja, ich bin ich z'Taust. Undo. Okay. Wolltest du mal einen Kaktor werden? Ich muss sagen, vom ganzen Spiel gefällt mir der Midgar Teil immer noch der am besten. Ich weiß nicht wieso. Deswegen bin ich auch froh drum, dass sie gerade Midgar in einem Remake Teil reingebracht haben. Weil das ist halt eine große Stadt. Na und dann bitte. Sieht schon geil aus. Ich weiß nicht. Das war's für heute. Was willst du denn? Okay. 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 Wauw! um mich anzuölen du bist Veneta du bekommst die große Materie gar nicht du bist das ist die große Materie also das ist die große Materie also ja ich weiß nicht dass da Mist gibt Oh, das reicht. Die große Materia? Hey, ein Kran-Spiel? Sie werden sie dort auf das U-Bot laden. Haben wir es geschafft? Sie werden das U-Bot laden. Das ist ein Kran-Spiel. Das ist ein Kran-Spiel. Das ist ein Kran-Spiel. Und das ist ein Kran-Spiel. Was machst du? Beim Laden helfen? Hast du Mineta? Wir haben es wohl gerade noch geschafft. Aber sicher. Ich soll körperliche Arbeit leisten? Rück sie raus, sonst... Mach schon. Ich habe leider keine Zeit mehr, mich mit euch zu beschäftigen. Die große Materie hat Vorarm. Okay, das war's. Habe ich denn die Feuerfolge heilt? Ja, komm. Der hat mich one-hitted, dieser Drecksack. Jetzt muss ich die Kämpfe davor noch machen, diese Arschbacken. Ist das ja so einen starken Angriff macht, der Pisser. Das war's für mich. Ich mach die mal eben alle fertig, speichere nochmal. Ich mach die mal eben nicht. Es geht doch, Matu! Es geht doch, Matu! Aber ich kann es schneller machen. Es geht doch, Matu! Ja genau, zweimal hintereinander willst du mich verarschen! Was ist das denn? So ein Huren! Alter! Das habe ich gern! Bevor ich überhaupt eine Barriere oder Heilen machen konnte, gleich noch einen hinterher! Ja! Ach, Fick dich doch! Ich hasse solche Flächenangriffe, die bei eben mehr als die Hälfte wegfressen oder alles wegfressen! Ja! 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 Das war's für heute. Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank. Ich muss schnelle Barrieren machen. 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 Na mein Freund, nimmst du Stress? Komm, das geht auch schneller! 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 oh was das tut immer noch weh ich habe keine zeit zum wiederbeleben handgottes ja 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 ja